Cristiano Ronaldo David Alaba Kalt duschen, würde ich nennen Notfremse, glaube ich Notfremse natürlich Meister Teller Cristiano Ronaldo Tennis mag ich sehr gerne Formel 1 Zu viele, um jetzt einen nennen zu können Schindlers Liste finde ich sehr, sehr gut Auch zu viele, um jetzt einen nennen zu können Hunde Hunde